hallo und moin moin herzlich willkommen zu einer weiteren folge baldos gate das letzte mal ist ja die kleine arabella gestorben und ja jetzt fragen wir mal den rest was er denn davon hält natürlich bist du ein monster erwartet ihr mitleid ich habe kalt ihr habt kaltbildlich ein kind umgebracht sie hat ihr entscheidend ich kenne ihr kind ihr seht nur victime und villainen ein viper bär seine fange, schützend ihre Brut ich nenne sie Mutter du nenne sie Monster keine Ahnung ich habe die idol von sylvanus zurückgebracht und die rechte hat gesündet wir werden die grobe frei von harm frei von Intrudern dieser Ritus muss machtvoller Magie entspringen wir machen jetzt was anderes wir haben schon die Füße was schon gemacht was ihr denn auch schon gelesen ja dann machen wir das mal mit dem Baum einfach der XP will wir wollen ja noch Netti töten ich meine Treffen ich weiß nicht ich weiß nicht Moment. Ich suche Nettie. Da. Es geht um zu ihr. Leben oder Tod. Jetzt. Was war es, du brauchst? Du hast sie gefunden. Aber ich weiß noch nicht, was sie für dich kann. Oh ja. Mal schauen Sie. Du siehst gesund genug. Ein bisschen schmerz von den Augen vielleicht. Ein Todpole. Ein Mindflayer Todpole. Entity? Könnt ihr mir helfen? Ich... Ich mache, was ich kann. Komm, folge mir. Ich könnte mir helfen. Wir müssen schnell sein. Hier. Hier. Ich bin. Ich bin. Hier. Ich bin. Ich bin. äh, der Drone und ich haben den gleichen Parasiten? Es scheint so. Der Dr. Halzen hat einen richtigen Start gegeben. Es ist weshalb er die Spendierer in ihrer Expedition hat. Um herauszufinden, was passiert. Ich bin froh, dass du mich anstatt von ihm bekommst. Er versteht diese Dinge. Er hat sie studiert. Aber wir haben Möglichkeiten. Du musst nicht hier sein für das. Ich werde bleiben. Ich habe ein besonderes Interesse in der Ergebnisse. Alles klar? Mal schauen, was wir machen können. Natürlich. Jetzt, erzähl mir was passiert. Any Symptome? Strange Events? An meinem Verstand mit anderen Infizierten verbinden? Die Gefängnisse können sich mit anderen identifizieren. Nicht, dass die anderen ihre Gefängnisse kennen, natürlich. Wie holst du den Parasiten ab? Halzen war bereit, zu finden, wo alles passiert. Ich bin bereit. Alles, was es braucht. Kommen Sie zu nehmen. Ich bin bereit, aber nicht. Ein Mindflayer-Scheib. Ein Mindflayer-Scheib? Ah. Aber Master Halzen war sicher. Schau. Du siehst aus wie eine nette Seele Weg mit dir So viel zu der Kain-Soul ne ok Begegnung mit der bösen Vettel Ok brauchen wir Gedankenstinder Parasiten Nichts Phoenix Gut Mit der Krone kommen wir hier raus Und zwar können wir mit der Krone die Tür öffnen So, gehen wir raus Boah, ich hab die ganz vergessen Oh, die hab ich ja ganz vergessen Mal kurz Umgebung Smaragd rein Die wollten wir ja machen Wir killen erst die Goblin Die Goblins Dann werden wir mal kurz mit dem Genom Der da liegt reden Und dann werden wir noch Ähm Andere Dinge tun Böse Dinge tun Haben wir noch eine kurze Rast Jawoll Haben wir noch eine kurze Rast Jawoll Das ist vielleicht wertvoll zu sehen Was ist das? Was ist das? Oh man Oh man Don't mind me Maybe I need more pockets Maybe we can put him on fire No No sign of the others yet Do you think the fight up front went bad Bad Shut it Boss was with you for talking that way Wood Und Bleeding hearts show up to save the Druid I will cut you to pieces Kill them What jetzt aber tot ach komm daneben natürlich säure wir kennen denn zwei schläge fehlschlagen wahnsinn ja 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 komm schon wieder fehlgeschlagen ja 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 und natürlich noch mal bei 65 prozent wahnsinn ok dann werfen wir da was drauf eigentlich verschwendet, aber das kann noch kommen das kann noch kommen wie sind die Goblin in den Heim gekommen es ist meine Schuld ich dachte, ich habe ihnen den Schlitten gegeben aber sie haben mich durch den Tunnel ich muss den anderen erzählen, was passiert ich stehe vorsichtig es gibt Trappen in diesen Tunneln und danke dir wieder mit Haste Gefällt uns das? Ich glaube nicht jetzt müssen wir eigentlich noch mal eine kurze Rast machen ein hoffnender Angriff wichtig hinter Poste ist gut und cancel ne Beiner back ah ne aber ja das ist gut dann gehen wir als nächstes in den sumpf weiter hoch weil mit raphael haben wir schon gesprochen schon er sollte dann hier oben ich den den ich hier oben brauche der ist natürlich nicht hinterhergekommen welche überraschung ich habe viel auf meinem Kopf und in es mehr für mich Wir haben doch schon mit ihm geredet, oder? Haben wir nicht mit ihm geredet? Wir haben noch nicht mit ihm geredet. Meine, meine, was mannere Plätze ist das? Ein Weg zum Reden? Oder ein Weg zum Dämtern? Hard zu sagen, denn deine Reise ist nur am Anfang. Was würde die Chance für die Chance? Hmm. The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true bloody pleasure. Hmm. It looks like a half orc, but speaks like a beast. Must be the surroundings. Rather bleak and lonesome, one feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Come. There. A true crud cutlery of yours. As you can see, I'm amply provisioned. This is the House of Hope. Where the tired come to rest, and the famished come to feed lavishly. Go on. Partake. Enjoy your supper. After all. It might just be your last. Hmm. I will have to go somewhere else. I will have to go somewhere else. I will have to go somewhere else. Are you not entertained? Well. Farb from me to disappoint. Was ist besser als ein Dävel, du nicht wissen? Ein Dävel, du bist. Ich bin ein Freund? Potenziell. Ein Adversario? Conceivably. Aber ein Saviour? Das ist sicher. Oh, ein solches Dävel. Wie lieb ist es wirklich? Eine rhetorische Frage, natürlich. Aber lass mich eine Antwort machen. Es ist sehr wenig wert. Mit einem Tadpole in deinem Kopf. Ein Skull. Zwei Tendente. Und keine Lösung in der Sicht. Ich könnte das alles fixieren. So wie das. Ja. Ich mag es, wenn meine Kunden einen Kampf machen. Nur um zu verstehen, dass die Erfolg nie eine Option war. Das ist ein Wunder. Ich bin derart. Ich könnte das für dich. Sie schäuern. Ich bin derart. Ich kann das ganze Möglichkeit haben. Bis keine sind. Und wenn die Hoffnung hat, wird sich in die Merde des Erachtens geschlossen, dann wird sie auf meine Tür geblieben. Ich reiß euch die höhnische Zunge raus. Easy. Kein Geschäft mit dem Tod. Ich kann auch schnell in die Fresse heim. So, dass hier noch was dann ist. War mir nicht mehr sicher. So, jetzt müssen wir dieses Loch hier sehen, dankeschön. Gucken wir mal kurz, ob wir es verdienen schaffen. Gutachten. Saubere Zehen. Gängerfertigkeit, schnell nach dem Beutel greifen. Ah. Boom. Mein Ernst? Das hätte man ja doch lieber ihn machen lassen sollen. Da klappt es nicht auf Anhieb. Gut, jetzt in meinem Beutel. Und in diesem Beutel ist ein Ei. Okay. Ich werde das werfen. Dann spawnen viele kleine... kleine... ähm... Sterling. Dann... 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 Wir haben es vorhin in Sekten, äh, nicht in Sekten, Spinnen. Und diese Spinnen greifen dann für einen an. So. So. Gehen wir es mal nicht da runter. Wir könnten Kalec töten. Hm. So, Kim. Wirst du nicht so schockiert, dass dein Kind dich für die Konsortierung verletzen? Mein Name ist Lei Zelg Choki. Und mein Kind wird meine Neuheit für Service. Und sie werden dir helfen, aber nur hier, wenn ich ihn verletze. Was ist das? 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 Guck. Ich würde jetzt die kaputte Laute immer einlassen. sehr gut linien auf ihr hautstellen drei strichfiguren da ein goblin mit funken in den händen ein eckige eine eckige humana die figur und eine figur die wie ein elf aussieht alle drei tragen ein das war nur ein freundlicher stubser aber hier verdienen da habe ich echt keinen bock drauf hier lassen wir doch nicht anfügeln hier weg mit dem schmutz weg mit dem schmutz abenteuer gesucht meister lorak erkenntnis bla 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 also ist der auftakt um nach nachtglied zu sehen es zu suchen okay ach genau wenn man level ab ein level up können auch mal überlegen ob wir nicht noch bevor wir den sumpf gehen noch eine lange rast einlegen hier haben wir auch noch mal aber auch in waffen den schlag dann machen wir das gleiche ich finde poste wir gehen schon mal grob in die richtung wohin wollen wenn sie schon gerade folge neigt sich dem ende jetzt einfach jeden wer frech ist einfach gehen da hinten ist die alte fette von vorne und vorn und vorhin aber das schauen wir uns in der nächsten folge an ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns beim nächsten mal also bis zur nächsten folge tschö